Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Betting-Challenge, es ist Freitag, heute schon der zweite Upload, der am Start ist. Und zwar haben wir uns vorhin ja schon um die Tokenspieler gekümmert am heutigen Tag. Und zwar gibt es neue Wochenaufgaben, da gibt es drei neue Tokenspieler. Falls ihr das Infovideo verpasst habt, checkt das gerne ab am Ende des Videos. Ja und jetzt im zweiten Upload des heutigen Tages wollen wir uns um die Flashback-Karte von Richard Marez kümmern. Ihr seht es, wir sind nicht bei FIFA am Start, sondern wir sind bei Footbin am Start. Wir wollen uns heute wieder mit dem Format natürlich, lohnt sich die SPC, ja oder nein, um diese SPC-Karte kümmern, um die SPC generell. Wir schauen, was kostet die SPC, da sehen wir schon mal gute 600, 630.000 Münzen, das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Wir schauen uns die Karte selbst dann an, was gibt die Karte her, wir schauen uns auch an, was gibt es für Packs zurück. Wir schauen uns die SPCs mal selber an, wir werden die Karte auch vergleichen mit vielleicht anderen möglichen Karten, die tradable sind und was man eigentlich für das ganze Geld noch ranschaffen kann auf dem Transfermarkt. Ja und deshalb werden wir diese SPC heute wieder komplett durchgehen und am Ende wollen wir gemeinsam natürlich ein Fazit ziehen. Also wenn ihr jetzt schon eine Meinung habt zu der Richard Marez SPC, vielleicht habt ihr sie auch schon abgeschlossen, gerne damit auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde meine Meinung euch jetzt hier, wie gesagt, wieder mitteilen, ihr könnt gerne andere Meinungen haben, schreibt uns gerne, die ganze Community rein, in die Kommentare, was eure Meinung über diese Richard Marez SPC ist. Wir stellen uns heute wieder die Frage, wie gesagt, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Ich habe schon auch schon zwei, ja, zwei Sichtweisen auf dieser SPC, wenn man denn so möchte. Und zwar zum ersten, okay, geile Karte, ich werde gleich im Detail noch darauf eingehen, aber wenn ich auch wieder diesen Preis sehe, 630k, das ist auf jeden Fall schon happig. Aber ich kann euch Tipps und Tricks mit an die Hand geben, aber dazu auf jeden Fall gleich mehr. Bevor das Video ab und so richtig losgeht, ihr wisst Bescheid, supportet kein Mord, zerstört gerne den Like-Button. Wenn euch das Ganze wieder gefällt, 200 Likes geben wir heute wieder als Zero, sondern ich weiß Bescheid, dass auf jeden Fall mehr als 200 Leute dieses Video schauen. Und insofern zerstört gerne den Like-Button, das wäre auf jeden Fall richtig nice von euch. Und wenn ihr generell an FIFA 19 SPCs interessiert seid, aber dann auch zu FIFA 20 zum Beispiel, ja, dann kann ich euch nur empfehlen, lasst gerne ein Abo da. Road to 25 Kalib weiterhin, wäre natürlich nice, wenn wir das diesen Monat noch schaffen könnten mit den 25.000 Abonnenten. Wir haben uns Sonderstag auch wieder hier um die Top-Party natürlich gekümmert und sonst jede weitere SPC könntet ihr natürlich alle ganz entspannt bei uns auf dem SPC-Account sehen. beziehungsweise nicht auf dem SPC-Account, natürlich hier auf dem YouTube-Account bei uns, bei den Videos abchecken. So, jetzt gehen wir aber rein in die Flashback Richard Marais SPC. 93er Karte, wir sehen rechter Flügel, das wissen wir auf jeden Fall schon mal, es ist keine zentrale Karte, das muss ich auch schon mal sagen, finde ich ein bisschen schade. Aber bevor wir in die SPC selber reingehen, fangen wir an mit der Karte selbst. So, da fangen wir an, wie gesagt, preislich 630.000 Münzen, ich bin an der Xbox am Start, deshalb werde ich jetzt hier primär auf die Xbox. Wie gesagt, das Ganze preislich, ja, quasi darauf eingehen. Auch den Preis ist ja auch ähnlich zur Playstation, PC ist immer definitiv sehr, sehr viel anders. Ja, zur Karte selbst, wollen wir uns die mal anschauen. Und da haben wir natürlich, aus Manchester City heißt natürlich, er ist sehr, sehr gut linkbar. Schau mal, das schon mal vorne weg. Premier League Spieler, immer top linkbar. Klar, keine Top-Nation mit Algerien, das ist auf jeden Fall schade, aber Premier League ist auf jeden Fall schon mal top, dass du auf jeden Fall die gelben Links zustande bekommst. Fünf Sterne, vier Sterne, also Weakfoot. Vier Sterne Weakfoot und Skillmust fünf Sterne. Richtig, richtig geil. Das ist auf jeden Fall fett auf der positiven Seite. Dann haben wir am Start die Größe. 1,79 ist er groß. Ist das groß genug für euch? Die Frage an euch jetzt einfach mal. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde, es ist ein bisschen klein. Für mich, das habe ich eben schon mal leicht eben erwähnt, für mich ist es eher ein zentraler Spieler. Ja, klar, man kann ihn außen starten und dann ingame quasi reinstellen ins zentrale ZOM. Ingame halt in der Formation dann. Ich würde ihn sehr gerne als Zehner spielen, wenn ich ihn theoretisch abschließen wollen würde. Ich finde ihn für 630.000 Münzen ein bisschen teuer. Warum genau, sage ich euch gleich noch im Detail. Ja, dann haben wir noch die Arbeitsraten. Mittel, Mittel leider nur. Auch das, wieder ein weiterer Punkt. Offensiv, Leute, Mittel, Mittel habe ich richtig schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wo ich halt auch wieder sage, das ist halt bitter. Also positiv natürlich auch hier wieder 5 Sterne, 4 Sterne. Okay, Arbeitsraten, sage ich direkt wieder, no go. Ganz, ganz klar. Vor allen Dingen für den Preis dieser SBC. So, gehen wir kurz zu den Stats. Da haben wir den Antritt mit 96 am Start. Die Sprintgeschwindigkeit bei 90, 93. Tempo an sich am Start natürlich. Pace ist auf jeden Fall am Start. Der Schuss. Positioning, Finishing finde ich immer sehr, sehr wichtig. Das ist am Start mit 93. Dann haben wir, okay, Wolle ist nicht so gut. Nur okay, sage ich mal, bei 83. 83, das passen. Da finde ich die Übersicht immer wichtig. Den kurzen passt bei 93. Der lange passt bei 86. Auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr ausgeglichen. Und hier auch wieder für mich Top-Werte für einen zentralen Spieler. Aber er kann auch außen spielen. 92 Flanken, auch das ein guter Wert. Dribbling-Wert natürlich bei einem 5-Star-Skiller. Auch sehr, sehr wichtig. Und die sind natürlich auch wieder top, die Werte. Wir wissen ja schon, wir haben hier eine 88er-Karte. Da könnt ihr kurz mal sehen, was wir hier für einen Up-Vote haben. Quasi auf die Karte oder Downgrade auf die anderen Karten jeweils. Und da könnt ihr natürlich sehen, dass natürlich der Booster schon auf jeden Fall am Start ist. Also, 5 Tempo mehr am Start. 5 mehr Schuss. Ja, ihr seht es. 5 auf der linken Seite alles. Dann haben wir nochmal ein Physis. Plus quasi. Plus 9 auf die Karte. Also, 80er Physis am Start. Und da kommen wir direkt mal zum nächsten Punkt. Hier, 99 Ausdauer. Ich meine, die Karte hatte schon 90, 91 die. Ja gut. Aber so nochmal 8 Ausdauer hier. 99 Ausdauer. Auch das richtig geil. Bei Mittel- und Mittelarbeitsraten nicht so krass. Aber für Außenspieler auch sehr, sehr wichtig, die Ausdauer da natürlich am Start zu haben. Also, Dribbling bin ich schon drauf eingegangen. Ist auf jeden Fall am Start. Was für mich dann auch nochmal ein Minuspunkt ist, tatsächlich, ist folgendes. Einmal hier Jumpen und die Kopfballgenauigkeit. 58 nur. Und springen kann er auch nicht wirklich. Er ist nicht der Größte. Für mich wichtig, Außenspieler, dass die köpfen können. Flanken auf den zweiten Pfosten. So OP-Shit einfach bei diesem FIFA. Und deshalb für mich, dass ein zentraler Spieler, zum Beispiel, wenn ihr jetzt schon einen Hasar habt, die SPC damals, die rausgekommen ist. Das ist für mich ein gleicher Spielertyp, meiner Meinung nach. Insofern, wenn ihr einen Hasar habt, wieso wollt ihr mal rechts abschließen? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Warum geht ihr auf diese SPC? Warum findet ihr die Karte so geil? Bitte auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Aber so haben wir uns auch schon mal die Karte angeschaut. Das Bild übrigens sieht auch sehr, sehr nice aus. Und jetzt gehen wir mal rein zur SPC selbst. Da haben wir erstmal folgende Packs am Start. Die schauen wir uns jetzt erstmal an. Wir haben einmal das Megapack am Start. Das 35-Karset. Dann geht es weiter mit einem seltenen Megapack. 55-Karset. Dann haben wir einen seltenen Spielerpack. 50-Karset. Und ein Prime Gold Players Pack, was ein 45-Karset ist. Haben wir also einen Gesamtwert von 185.000 Münzen an Packs, die wir hier zurückbekommen. Bei einer SPC, die wie gesagt hier 630.000 Münzen kostet. Das Interessante jetzt an dieser SPC. Wir haben hier einmal den Leicester-Squad, Premier League-Squad, ein 86er-Gerated-Squad, ein 88er-Gerated-Squad. Der Leicester-Squad ist einer mit zwei Informs und ein 84er-Squad. Dann kommen wir hier zu einem Squad. Das ist ein 86er-Squad. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Inform plus Team of the Season Spieler mindestens zwei. Also entweder oder. So verstehe ich das jetzt hier auf jeden Fall. Dann haben wir hier Inform oder Totspieler mindestens zwei. Genauso ist es. Ihr könnt hier Totspieler abgeben. Beim 88er-Gerated-Gerated-Squad ist leider wieder nichts am Start. Also keine Bedingung. Das ist auch sehr gut. Also hier können auch Team of the Season Spieler am Start sein. Hier natürlich auch. Aber wie gesagt, hier könnt ihr die Informs nicht, wie hier bei den anderen SPCs, mit Team of the Season Spielern ersetzen. Also das auf jeden Fall schon mal finde ich sehr, sehr geil. Positiv. Warum? Ganz einfach. Ihr könnt in den Wochenaufgaben momentan drei, insgesamt drei Team of the Season Spieler bekommen durch die Wochenaufgaben. Kostet euch Zeit. Kostet euch aber effektiv keine Coins. Außerdem haben wir jetzt die ganze Zeit die Team of the Season Spieler am Start gehabt. Wir haben Sonntag und Dienstag ein Pack am Start gehabt. Ihr habt auch jetzt wieder am Sonntag das Der Rest der Welt. Ein garantiertes Team of the Season Pack. Und am Dienstag eins vom ultimativen Team of the Season. Also da sind wieder Team of the Season Spieler, die drankommen. Dann haben wir noch am Dienstag, und da kommen wir nochmal zum Zeitpunkt dieser SPC. Wir sehen ja hier unten, wo haben wir es hier? Sechs Tage. Sechs Tage verbleibend. Eine Woche geht tatsächlich diese SPC, Leute. Das ist richtig geil. Das heißt, wir können auch noch bis Donnerstag auf die Rewards abwarten. Das heißt, wenn ihr in der Liga 1 zum Beispiel seid, Rang 1 oder Rang 2, nehmt ihr nochmal die untradable 125k Sets vielleicht mit. Für High-Rated Spieler, für die SPC. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv, dass diese SPC eine Woche läuft. Denn, wie gesagt, dann kann man auch nochmal die Foot Champions Rewards mitnehmen. Zum Beispiel, wenn man dann da einen roten 95er Alisson zum Beispiel zieht. Den wir zum Beispiel auf dem Hauptaccount schon mal haben. Der könnte ganz, ganz sanft hier einfach in High-Rated SPC rein. von Richard Maris. Und ja, dann wäre das Ganze auf jeden Fall schon mal preislich. Auf jeden Fall viel, 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 viel billiger. So, und deshalb das mit dem Preis. Da kommen wir zum nächsten Punkt. 630k. Das ist halt wirklich, wenn man nichts im Verein hat. Ja, und da gehen wir zum ersten Squad und schauen uns hier mal Lösungen an. Also, wir haben hier zum Beispiel jetzt einfach mal als Beispiel diesen Squad. Mit zwei Team-of-the-Week-Spielern. Ich meine, das sind zwei Team-of-the-Week-Spieler aus dem aktuellen Team-of-the-Week. Hier der Vorteil, sie sind halt relativ günstig. Nachteil, sie sind nicht wirklich High-Rated. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Informs, apropos Informs. Wir haben halt hier High-Rated, würde ich noch die drei nehmen. Danach einen 80er vielleicht auch noch. Aber danach nicht viele gute Team-of-the-Week-Spieler am Start. Deshalb auch gut, dass halt wie gesagt die SPC zumindest halt hier, wie gesagt, Team-of-the-Season-Spieler zum Ausgleich bietet. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber ihr habt eben eine Lösung gesehen. Gehen wir zum Premier League Squad und schauen uns das Ganze mal an. Ihr könnt natürlich auch selber zum Football gehen, falls ihr Lösungen da braucht. Und schauen uns mal hier die Lösung an. Hier zwei Totz-Karten am Start. Billige Totz für roundabout 22k. Also auch hier wieder von dem ganzen Preis 40k Totz-Karten. Wenn ihr da jetzt schon eine Untradable im Verein habt, durch die ganzen Wochen, die jetzt am Start waren, oder dann Donnerstag, Dienstag, Sonntag eine Totz-Karte dazukommt, Leute, dann bekommt ihr die ja quasi, könnt ihr die reinstellen. Eine High-Rated, richtig High-Rated-Karte. Denn wenn wir uns hier mal das Ganze anschauen, hier das ultimative Team-of-the-Season. High-Rated-Karte, die ihr zum Beispiel nicht braucht. Alles von 95er, richtig geil. Pablo Sarabia finde ich jetzt auch zum Beispiel nicht geil, aber als 94er-Karte könnt ihr direkt reinstellen. Und wenn ihr sie nicht verkaufen könnt, dann besser in der SPC ballern. Gehen wir zu den nächsten Squads. Wieder in die SPCs rein. Zu Richard Marez, der 86er-Squad, mit folgender Lösung. Und dieser SPC, ihr könnt es da sehen, was die ja jeweils kostet. 130k kostet euch diese SPC. Auch hier mindestens zwei, aber hier sind mehrere Totz-Spieler am Start. Hier ein bisschen teurer, zum Beispiel eher bei 40k. Der wiederum billig. 13k, 36k und 30k für ein Donner Roma. Und sonst auch Low-Rated-Karten, die man unter der Woche ganz entspannt ziehen kann. 83er und 84er, also das hier auch kein wildes Ding. So, und dann haben wir die letzte SPC, die an den 88er-Squad. Da bin ich mal gespannt, was hier in den Lösungen so drin ist. Da haben wir folgenden Squads. Auch wieder mit vier tatsächlich. Vier Team-of-the-Season-Karten. Benitez und Josefonte habt ihr vielleicht jetzt am Donnerstag in euren Rewards gehabt. Guzman war auch am Start. Cano meine ich auch genau. Im lateinamerikanischen Team-of-the-Season. Also, das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Option, zum Beispiel um High-Rated 88er-Squad zu bilden. Und dann halt dagegen steht dann zum Beispiel ein Riffier als 84er, nur ein Naldo. Und ja, das ist eigentlich der perfekte Squad, falls ihr zum Beispiel letzte Woche die ganzen Upgrade-Packs geballert habt. Dann dürftet ihr eigentlich das meiste von dieser Lösung zum Beispiel im Verein haben. Ja, und dann wäre der 88er-Squad, wie gesagt, fertig. Und ihr habt eine Woche Zeit. Das ist das Geile, was ich an dieser SPC so geil finde. Trotzdem, 630.000 Münzen finde ich einfach immer noch richtig teuer. Und egal, ob ihr jetzt untradable das Ganze abgebt oder tradable, im Endeffekt sind es immer noch 630k. Und da kann man sich überlegen, okay, gehe ich vielleicht doch lieber auf eine Icon, hole ich mir ein Pelé, weil 88er-Squad, 86er-Squad und die ganzen anderen Squads mit den Innenforms, das ist auch in einem Pelé zum Beispiel drin. Insofern, Leute, immer überlegen, ein Pelé, der jetzt hier, wie gesagt, 2,7 kostet, 630.000 Münzen, wäre halt schon mal ein Marais, den ihr zum Beispiel dann in, wenn ihr ein Pelé starten wollt, in Pelé halt anfangen könnt. Ja, das auf jeden Fall schon mal dazu. Dann haben wir noch die Futswap-Deals, da will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Wie gesagt, eben schon mal ein Infovideo draußen gewesen, aber hier sind auch Team-of-the-Week-Spieler am Start. Falls ihr High-Rate-Team-of-the-Week-Spieler braucht, generell für SPCs, 92er, Modric natürlich. Wir haben, wo ist er denn? Hier unten natürlich für drei Token-Spieler, nur genau, Makinaus am Start als Inform. Hier haben wir auch noch mal Totz-Karten am Start, zum Beispiel das der Liga-Noss und der Bundesliga. Also da gibt es auch gute, gute Möglichkeiten. Ja, und damit soll es das eigentlich gewesen sein. Wir werden jetzt einfach noch mal kurz am Ende auf die Spieler gehen von FIFA 19 und schauen, was eigentlich die billigste 93er-Karte so kostet. Und dann werden wir uns mal anschauen, was wir preislich eigentlich für die SPC kostet ja 600k, für 600k eigentlich auf dem Transfermarkt noch so einkaufen können. Ja, und damit soll es das dann gewesen sein mit dem Video. Und jetzt schauen wir direkt mal nach. Also 74k kostet so eine 93er-Totz-Karte. Ja, also wie gesagt, das wäre noch mal das, was wir zurückbekommen. Wir haben ja gesagt, 185.000 Münzen bekommen wir durch die Packs zurück. Also sagen wir mal, roundabout 260k, 250k bekommen wir hier zurück von der SPC, weil wir eine 93er-Maria-SPC-Karte zurückbekommen, die man ja, wie gesagt, immer noch in der SPC mit reinballern kann. Ja, Leute, und da sind wir jetzt mal hier positionsbedingt bei den rechten Flügeln. Preislich gesehen sind wir jetzt hier bei 500 bis 1 Million Coins. Und da haben wir zum Beispiel einen Salah am Start. Figo als Ikone, genauso wie einen Best als Ikone. Das können wir natürlich jetzt hier mal ganz entspannt auch gerne vergleichen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal, wir machen das so, wir gehen auf Mahrez und vergleichen das Ganze einfach mal mit zum Beispiel einem Salah, der auch für mich spielertypmäßig auch sehr ähnlich ist. Klar, er hat da im Vergleich natürlich, gehen wir mal auf die 91er-Karte, ich meine, das war die, die eben angezeigt worden ist. Jawohl, preislich gesehen wären die jetzt zum Beispiel gleich. Er hat ein paar Total-Stats mehr und ein paar In-Game-Stats mehr. Tempomäßig, Tempomäßig sind sie gleich auch fast. Schuss ist auch sehr, sehr ähnlich. Passen ist ein bisschen besser. Definitiv kann man im Camp-Stat aber auch bei Salah noch boosten. Dribbling nehmen sie sich auch nicht relativ viel. Def genauso wenig. Und Physis ist auch sehr, sehr ähnlich. Klar, nochmal plus 10 Ausdauer. Ist hier auf jeden Fall der große, große Unterschied. 4 Sterne, 3 Sterne zu 5 Sterne, 4 Sterne. Das wäre ein weiterer Unterschied natürlich bei Salah auch. Interessant natürlich, dass wir hier andere Arbeitsraten haben. Mittel hoch bei ihm. Was ich dann wiederum besser finde als Mittel-Mittel zum Beispiel. Also wie gesagt, es ist immer ein Spiel wieder. Auch eher jetzt Premier League. Warum will man diese SPC abschließen? Macht es euren Squad besser, diese Mahrez SPC? Lasst mich, wie gesagt, gerne das in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Meine Meinung ist, Hände weg von lassen, wenn man nicht wirklich eine Verbesserung sieht in dieser SPC. Das mein Tipp an euch. Den Tipp mit den Team-of-the-Season-Karten habe ich euch, glaube ich, jetzt mitgegeben. Habt ihr aber auch verstanden. Falls noch Fragen sind, ab damit in die Kommentare. Und wie man quasi das Ganze, wenn man denn will, preisiger abschließen will. Mit den ganzen Team-of-the-Season-Karten, Wochenaufgaben und so weiter und so fort. Was die ganze Woche halt noch so ansteht. Und dann wirklich am besten Richtung Ende der nächsten Woche dann diese SPC, kurz bevor sie abläuft, das Ganze abschließen. In dem Sinne soll es das gewesen sein. Flashback. Mares, was haltet ihr von der Karte? Was haltet ihr von der SPC? Wie gesagt, versteht mich falsch. Ich finde die Karte richtig, richtig geil. Bis halt, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, springen. Kopfball-Genauigkeit, das gefällt mir überhaupt nicht so gut. Hier, Ruhewert ist auch nur bei 89, nur in Anführungsstrichen. Klar, meckern auf hohem Niveau. Aber für das, was man ausgibt, Leute, muss man sich sicher sein, dass man das auch ausgeben will. Insofern, falls ihr ihn abschließen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, warum. Und wenn ihr ihn nicht abschließen wollt, warum wollt ihr ihn nicht abschließen? Ab damit in die Kommentare, lasst uns gemeinsam diskutieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Squad-Building-Challenge in FIFA 90. Mich würde es freuen, wenn ihr damit wieder am Start seid. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von ArchieGaming. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.